Hallo liebe Leute, jetzt geht's weiter mit der Queen League NF-Zero. Eine persönliche Bestzeit habe ich dazu jetzt noch nicht erreicht oder eingetragen. Mal gucken. So, ich werde noch ein bisschen die Tabelle anpassen und verändern. Das ist mir doch etwas zu rosa. Dann fällt mir gerade auf. Na gut. Ich habe jetzt auch mal nachgeschaut. Also diese Titelmusik kann ich laufen lassen. Ich sagte in einem vorherigen Stream ja mal, dass da Copyright drauflaufen würde von irgendeinem Schlingel, der das dann einfach für sich beanspruchte. Na ja. Ist anscheinend behoben. Ein Controller noch anschließen. So. Das sind eigentlich Dinge, die man alle vorbereitet, aber irgendwie... Habe ich jetzt im Nachhinein entschieden, dass es mir ja so nicht gefällt. Und wenn man das sich dauernd anschaut, dann muss es auch einigermaßen gut sein. Mal gucken. Mal gucken. Ist besser. Ja, das ist nicht so quietschig. ig. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist das Ding scharf Gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will jetzt erstmal hier eine persönliche Bestzeit rausspielen, damit ich daran anknüpfen und arbeiten kann Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich explodiere, ist nicht gering Es ist leider schon ein bisschen her, dass ich diese Strecke das letzte Mal gespielt habe Vielleicht ein paar Jahre Ich will jetzt noch ein paar Jahre Ich will jetzt noch ein paar Jahre Ich will jetzt jetzt noch ein paar Jahre Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott. 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 Oh. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.